Ich glaube, die gehen raus. Das ist richtig seltsam. Also ich kann gar nichts mehr. Ich kann doch nicht starten. Naja, der Ball muss mal irgendwie ins Aus oder so. Lewandowski. Jetzt geht's. Schatz, du spielst mich, oder? Hä? Als ob ich dich spiele. Hier ist ja mein Haus. Oder so. Und da auch schon das erste Foul. Ey Leute, wissen was das geile ist? Ich bin counted. Das funktioniert immer noch nicht. Das bin ich nicht. Ich bin der falsche Schütze. Wer steuert mich? Wer ist das? Ich spiel kurz. Ich bin einfach der jetzt. Das ist das. Jetzt ist die Frage, wo bin ich? Ich spiel es einfach. Das wird scheiße. Warum bin ich jetzt 6er, Alter? Oh, ich hab wieder ins Spiel. Oh, ich bin wieder ich. Bin ich das? Hier, leg ab. Ja, das spiel ich kurz. Komm. Jep. 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 Jep.